so es ist wieder nacht nicht so ein kleiner scheißer wieder noch ich höre dich ich zieh dich nicht wo bist du denn jetzt hört sich wieder weiter weg an aber sehr gut aber keine knochen ist der könnte wenn er nicht hier drin ist hier das hört sich aber noch über uns an oder ich muss glaube ich mal keine ahnung wo jetzt erstückt da hätte ich jetzt den enderman eigentlich vermutet da haben wir zumindest noch mal pfeile gut ich würde eigentlich gleich weitermachen wollen ein paar tintensäcke jetzt holen in der hoffnung ich meine 18 eigentlich schon eine gute ausbeute für vier stück glaube ich wir haben noch sehr sehr viele banal schätze mal noch locker 20 die wir noch austauschen müssten locker und da war auf jeden fall schon mal ein tintwisch und dann wahrscheinlich noch mal 20 die wir vielleicht irgendwo anbringen wollen ich frage mich sind das jetzt neue oder noch die alten ein bisschen ihm wirklich nicht schlecht wo sind die anderen jetzt ach krass der blieb jetzt einfach da hat ja ich dass auch ich Okay, missed. Oh, yeah. Genau. Immer wenn ich mich entscheide, Musik anzuballern, kommt Minecraft und für mich verarschen. So. Komm, put, 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 put. Haut auch nicht ab. Und 13 bei 6. Gute Quote. nein ich muss wieder auftauchen wo ist irgendwie ein boot die lander 16 bei 7 aber ich sehe jetzt leider auch keinen weiteren Tintin Fisch da unten 19 bei 8 glaube ich jetzt also meine 20 würde ich eigentlich gerne noch voll machen eigentlich können wir die ganze Folge noch jetzt zu Ende jagen falls noch irgendwelche kommen sollten überhaupt und dann wird es glaube ich schon wieder gleich nacht ja dauert nicht mehr lange komisch dass es da leuchtet na gut nichts zu sehen und 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 Der Vorteil bei denen ist jetzt flaches Gewässer. Jetzt hauen die Ohne ab. Und jetzt geht's. Sehr gut Und noch einen 26 Nice Nice Oh ja, hallo mein Freund, da unten sind alle wieder, habe ich schon erst mal das Vieh am Ufer. Kein Tintensack? Die haben doch alle bisher abgelassen. Ah, da. Ah, da. Ah, da. Ah, da. Okay, das Vieh schnappen wir uns noch. Oh, noch eins. Sehr gut. Und jetzt wird es auch passend dunkel, wir haben 33 Tintensäcke, das ist echt keine schlechte Ausbeute, hätte ich nicht so gedacht. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich den Leuchtturm nicht mit der Brücke miteinander verbinde. So, jetzt noch ein paar Skelle. Falls wir da was im Angebot haben. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Nacht gar keine Phantome weiter aufgetaucht. das ist merkwürdig. So, jetzt sollen die sich doch erst mal gegenseitig fertig machen. Wir stoßen dazu. Wie komme ich jetzt an dem Pieper vorbei? Das ist noch eine gute Frage. Ähm, hier nicht. Ja. 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 Aber ey Creeper. Ne, klasse. Ja. Ja. Gut, dann war's das auch wieder für diese Mini Session. Ich lade noch kurz aus. aber bei 30 knochen sind können wir mal wieder ein paar blöcke machen und dann geht es hier woher habe ich die eigentlich schon wieder auf immer gut hier geht es dann in der nächsten folge wieder bei der spitze oder gemisch bis denn eh